Es ist tatsächlich ein Duell um Europa. Und ein Moinzen zum Vorbericht zu unserem, ja, ist doch schon ein Topspiel, würde ich sagen, am Samstag 15.30 bei Union Berlin an der alten Försterei. Oh ja, wer hätte das jemals gedacht? Aber es ist tatsächlich ein Duell um Europa, beziehungsweise ein Duell um die Conference League, ein direktes Duell. Noch unfassbarer macht die ganze Geschichte natürlich, dass es einfach das Relegationsduell von 2019 war. Zwei Jahre später, 2021, geht es hier einfach um Europa. Union spielt eine überraschend gute Saison, eine sehr, sehr starke zweite Saison nach dem Aufstieg. Hätten, glaube ich, wirklich die meisten, auch die meisten Experten ihm nicht zugetraut. Spielen sehr, sehr stark ergebnisorientierten Fußball. Teilweise waren sie ja sogar aufs Champions-League-Kurs. Auch dem Kader hätte man es, wenn man ganz ehrlich ist, nicht wirklich zugetraut vor dieser Saison. Aber man sieht, es ist einfach eine komplett eingesporene Truppe. Eine eingeschworene Mannschaft auf dem Rasen. Kruse, klaren Namen, den man nennen muss, sehr, sehr wichtig. Auch wahrscheinlich so der prominenteste Name aus dem Team. Aber vor allem auch die Abwehr, sehr, sehr stark, sehr solide. Auch zwei Ex-VfBler im Kader mit Gentner und Dayaku. Dayaku ist aber meines Wissens, glaube ich, verletzt. Drassische Ausfälle haben sie aber eben nicht. Oder zumindest keine Stammspieler-wichtigen Ausfälle. Das haben sie nicht. Auch letzte Woche einen Punkt in München geholt. Wenig Siege in letzter Zeit geholt, sehr viele Unentschieden. Deswegen der Hype so ein bisschen runtergegangen, so ein bisschen verblasst. Aber eben, wie gesagt, letzte Woche einen Punkt in München geholt. Und das ist auch nicht ganz unverdient. Nächste Spiele sind natürlich vier zu Hause für Union. Dann geht es zum BVB-Auswärts in der englischen Woche. Und dann kommen die Bremer nach Union, nach Berlin. Sind ja eben im Rennen mit uns, mit Gladbach, mit Freiburg, gerade vorne auf Platz 7. Und haben da aber eben auch vor uns, wir haben das zweitschwerste, hat Union da das schwerste Restprogramm. Damit kommen wir auch zu den letzten direkten Duellen, die jetzt hier tatsächlich mal gefühlt an einer Hand abzuzählen sind. Letztes direkt Duell war natürlich das 2 zu 2. Bei der Sonderauftritt von Kaleitsch, ich glaube in der 80. kam er. Und dann 85. und 90. oder 89. wie auch immer, machte die zwei Buden noch sensationell. 2 zu 2 geholt, kurz vor Schluss noch. Davor eben unsere Relegationsspiele gegen Union. Das war ein 2 zu 2 in Stuttgart und ein 0 zu 0 an der Alten Försterei. Das dann durch die schöne, bekannte, wir lieben sie alle aus, was wir zur Regel dazu geführt haben, dass Union aufgestiegen ist und wir auch relegationsunabhängig verdient damals abgestiegen sind. Das heißt, trotzdem ist noch so ein bisschen eine Rechnung offen. Habe ich zumindest immer noch im Hinterkopf, ist so ein bisschen persönlich eben durch diesen Abstieg, wäre eben da auch so eine kleine Revanche, recht schön insgesamt nur zweimal in Berlin aufeinander getroffen. 1 zu 1, 2016 in der 2. Saison und ein 0 zu 0. Also ungeschlagen, aber auch nicht gewonnen bei Union, wenn man diese zwei Duelle irgendwie großartig statistisch ernst nehmen will. Man könnte sich eben, wie schon angesagt, revanchieren, wenn man eben Berlin da dann im Europaduell schlagen sollte. Wir kommen zur Tabellen-Situation, die ist tatsächlich noch interessanter als beim Spiel gegen Dortmund. Haben jetzt einige Top-Spiele da am Start. Union eben einen Punkt vor uns. Also aktuell sind die in der Conference League eben mit diesem siebten Platz. Union punktgleich mit Gladbach und wir eben einen Punkt hinter diesen beiden Klubs auf Platz 9. Beide also sehr, sehr starke Saisons. Da spreche ich wieder über den VfB und über Union. Einer könnte sich eben mit Europa oder mit europäischer Qualifikation krönen. Union sehr, sehr heimstark. Platz 6 der Heimtabelle. Wir dafür halt ebenbürtig auswärtsstark. Wir sind siebter in der Auswärtstabelle. Union spielt die schwächere Rückrunde. Aber wie gesagt, blast so ein bisschen ab. 13. Platz da. Wir sind siebter in der Rückrundentabelle. Das heißt, da kommt auf jeden Fall ein absolutes Top-Spiel am Samstag auf uns zu. Wir kommen zum Startelf-Tipp. Wieder ohne Pressekonferenz. Die war es heute auch noch nicht. Ich nehme es tatsächlich gerade mittags auf. Also keine Ahnung. Wahrscheinlich kommen die erst morgen am Freitag. Müsste ich irgendwie nachreichen, wenn sich da irgendwas groß ändert an der Startelf oder an der Personalsituation. Stammspielerausfälle. Ja, die bleiben. Logisch. Dazu kommt jetzt auch noch Kempf, der mit einer Gelbsperre ausfällt. Deswegen einige Änderungen auch. Ich gehe auch so einen Ticken riskanter diesmal mit der Startelf. Kempf wird wohl durch Karaso oder Stenzel ersetzt. Ist eine schwierige Geschichte. Dafür dann setze ich mal Ahamada wieder neben Endo. Fühle in der Innenverteidigung auch. Gehe ich damit, dass da Karaso spielt. Fühle ich irgendwie eher. Weil wenn Stenzel spielen sollte, müsste er irgendwie. Keine Ahnung. Es ist ja eher der Ersatz von Mafropanus über rechts. Quasi über die rechte Seite. Und der spielt ja. Deswegen setze ich ja mal Karaso hinten rein. Castro auch eine Möglichkeit eben für Ahamada. Keine Ahnung, wie es da jetzt persönlich aussieht. Nach der Aktion, dass eben er nicht im Sommer verlängert wird. Im Sommer gehen wird. Weiß auch nicht, wie fit er ist. Ausgefallen er gegen Dortmund. Deswegen kann ich es gerade nicht groß werden. Deswegen ist für mich Castro nicht in der Startelf. Auch, obwohl ich ja so ein bisschen Fan von ihm bin, sehe ich tatsächlich Klimovic durch Didavi ersetzt. Er war sehr stark gegen BVB. Und dann könntest du eben gegen Ender eben auch den Wechsel umdrehen. Also du bringst Didavi von Beginn an und bringst dann Klimovic mit ein bisschen mehr Tempo eben gegen Ende nochmal für den einen oder anderen Aktien. Dazu auch, auch wenn ich sehr viel Geduld bin und sehr viel Chancen bin, würde ich mir sehr wünschen, dass Koulibaly auch eine Pause bekommt. Kann ja auch, das ist ja auch ein guter Joker, kann ja auch von der Bank kommen mit dem Tempo nochmal am Ende. Aber sehe dann an Tommy vorne und stelle ihn auf. Und so habe ich diesmal tatsächlich eine recht riskante Startelf. Also das würde mich nicht wundern, wenn wir nicht die typischen 10 von 11 haben, sondern vielleicht mal gefühlt auf 7 von 11 kommen in diesem Startelf-Tipp. Aber so würde ich gegen Union reingehen. Und zum Abschluss, wie immer, die Prognose. Hier gerne wieder abstimmen im Community-Tab, Sieg und Schienenlage. Oder wenn ihr noch genauer darauf eingehen wollt, gerne Prognose, Mitbegründung, richtiges Ergebnis, wie ihr da lustig seid. Es ist ganz simpel. Wenn man wirklich Bock hat auf Europa, auf eine europäische Qualifikation, darf man das Spiel auf jeden Fall nicht verlieren und muss es eigentlich fast gewinnen. Nächste Spiele sind bei uns eben Union. Dann kommt Wolfsburg zu Hause und dann geht es auswärts nach Leipzig. Also sehr, sehr happiges Programm. Man hat jeder seine Meinung zu, ob man jetzt nach Europa will. Keine Ahnung. Ich finde es einfach nice, dass man einfach mal in der oberen Tabellenhälfte ein bisschen Spannung hat. Nehmen es am Ende des Tages, wie es dann kommt. Sonst war es immer Spannung im Abstiegskampf. Jetzt mal Spannung quasi oben. Und solange Spannung da ist, habe ich Bock und will diese Spiele gewinnen. Deswegen habe ich Bock auf das Spiel und habe auch Bock, dass du eben da oben dran bleibst. Ganz, ganz simpel. Auch so ein persönliches Ding. Keine Ahnung, irgendwie nagt es ein bisschen dran, diese Revanche gegen Union zu holen. Das hätte irgendwie was auf jeden Fall. War auch eine deutliche Leistungsstandard gegen den BVB. Starkes Spiel gemacht. Hätte sich auch einen Unschiedenverdient gehabt. Hätte sich da belohnen können. Daher bin ich recht zuversichtlich, dass man auch bei Union punkten kann, mindestens und nicht verliert. Aber eben, da es um diesen direkten Kampf da oben geht, um Europa, um Conference League, whatever, muss das Ding gewonnen werden. Deswegen tippe ich da auf ein umkämpftes 1 zu 2 und bin da recht optimistisch. 1 zu 2 Auswärtssieg. Dann überholt man Union und könnte nach dem Spieltag sogar auf Platz 7 stehen. Und da sich viele gewünscht haben, habe ich es diesen Spieltag mal gemacht. Gerne sagen, ob ich es weiter machen soll oder ob man es nicht braucht. Ich soll doch mal in den Vorberichten einfach den gesamten Spieltag tippen. Habe ich gemacht. Ich gehe jetzt da nicht weiter groß ein. Es wird wahrscheinlich auch zeitlich so ein bisschen den Rahmen sprengen. Deswegen habt ihr hier jetzt neben mir meine unqualifizierten Prognosen, Restprognosen zu diesem Spieltag. Und damit sind wir ready für das Spiel am Samstag gegen Union. Das war es von dem Vorbericht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.